Um Mauerwerksverbände fachgerecht zu erstellen, müssen Ziegel mitunter geteilt werden. Großformatige Wärmedämmziegel müssen mit einer Ziegelsäge geschnitten werden. Auf kleinen Baustellen genügt hierfür eine elektrische Handsäge mit Hartmetallblatt. Im Regelfall sollten aber Trennmaschinen benutzt werden. Diese sind ideal zum sicheren und stoßfreien Steiden. Einfach Ziegel einlegen, Maß anzeichnen und schneiden. Trennmaschinen mit Nassschnitt minimieren dazu die Staubbildung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017